Let's go! Und, ja, mein Fazit zu den ganzen neuen Sachen, die so rausgekommen sind, ist so, ja, zunächst einmal, bei den Divisionen, es wurde einfach irgendwie alles einfach komplett verändert, so, weiß ich nicht, vorher gab's halt schon von vornherein das Bayonett immer bei der Infanterie, gibt's nicht mehr, musst du extra draufpacken. Also, bei, bei den Luftlandedivisionen mit den MPs, da gab's die Schalldämpfer extra, haben sie auch umgeändert, keine Ahnung warum, was soll der, was soll der Scheiß, ähm, ja, und an sich haben sie sowieso alles verändert bei den MPs und so, man kann den, man kann die jetzt extra höher leveln, die Waffen, ihr kriegt so ein paar extra Tarnungen, what the fuck, Leute, ganz ehrlich, äh, das Spiel war die ganze Zeit über immer eigentlich konstant gleich. Ja gut, es kamen neue Sachen dazu, beschwert sich keiner drüber, ist ja okay, aber, wenn, boah, nach über einem halben Jahr, dann verändern sie auf einmal alles, wirklich hier so, die, die Divisionen komplett verändern und hast du nicht gesehen und das ist so ein bisschen so, hm, ja, nee, nein, nein, danke. Das ist so, das ist ja alles irgendwie so voll die krassen Minuspunkte für dieses Spiel, so, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, ähm, ja, es ist so, mein Fazit dazu, die haben das Spiel jetzt schlechter gemacht anstatt besser. Ja, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, so, ob, ob sie es jetzt schlechter gemacht haben oder ob sie es besser gemacht haben, also, ich bin ganz ehrlich damit am überlegen, auf ein anderes COD umzusteigen, was schon ein bisschen älter ist oder so, aber, wo sie nicht so viel Scheiße dran gebaut haben. Ja, auf jeden Fall, wir suchen jetzt mal ein Röntgen und dann werden wir ein Röntgen zocken und dann reden wir noch ein bisschen weiter drüber, bis gleich. So, da sind wir auch wieder zurück, wir sind, äh, wir sind in Röntgen Team Deathmatch auf Gibraltar gelandet und, ja, auf jeden Fall, äh, so, ich mein, das, das Spiel, das Spielen an sich, es macht ja immer noch Spaß, nur, warum zur Hölle muss man das Spiel so dermaßen verändern, nachdem es schon so lange draußen ist? Und, warum zur Hölle muss man das so drastisch verändern? Also, ich, ich hab, ne Zeit lang hab ich auch hier Star Wars hier, so Old Republic Online gespielt und, ja, tötet mich doch einfach. Äh, und da auch, seit, nachdem das Walt Disney dann gekauft hat, wurde das Spiel einfach nur Scheiße gemacht. Na, also, ich hab mich hier mit Planeten da zurücksetzen und all so'n Kram und das war alles Negativpunkte, warum ich dann irgendwann gesagt hab, nö. Kann der mal sterben? Junge! Alles klar, Junge, du kämpfst hier rum, beweg dich! Und, ja, und ich mein, okay, nice, man hat jetzt immer diese zwei Granaten, wie eigentlich immer schon in COD gehabt. Und, ja, das ist so eins der positiveren Sachen, so, wo ich sagen würde, sagen, tu so, ja, ist in Ordnung. Aber, nicht alles so komplett rumändern und hast du nicht gesehen, äh, das ist so, man reißt, man reißt die Spieler ja eigentlich einfach raus. Ich mein, klar, für die, die sich jetzt, jetzt erst das Spiel geholt haben, für die ist, für die gibt's nur, nur das, sie kennen das ja nicht anders. Ja, siehste, das ist der Shit, weißt du? Hast kein Bayonett mehr, kannst einfach nicht mehr zustechen. Na gut, man kann's draufsetzen als Aufsatz, aber warum? Warum sollte ich jetzt Bayonett extra als Aufsatz draufballern? Äh, nö. Wir beherrschen sie, weiter! Okay. Das ist meiner. Okay. Der Spawn scheint geflitzt zu sein jetzt. Jupp. Jupp, dann müssen wir wieder hier rüber. Holen wir uns die feigen Hunde. Ja, weg mit dir. Ja, Aufklärung in der Luft. Das ist, uah, nein, nicht Stun sein. Stun ist kacke. So, pass auf, das Ding holen wir mal raus. Ah, ich krieg da so gerade kein Zugesicht. Ah, puh! Oh, ne Fünferstieg, ja nice. Ne, ist ja, also, ich werde nicht sagen, dass das Spiel einfach nur komplett... ...schlecht ist oder so, aber... ...ja... ...nein, oh, weil ich noch gestunt wurde. Schade. Schade mit Marmelade. Und pass auf, wir hauen mal das Ding hier raus. Dann helfen wir unseren Leuten nach vorne. So, komm. Schmeiß meine Giste runter. Haus drin. Wir kontrollieren das Schlachtfeld. Warte, du... ...komm wir bereit für Befehle. Alles klar. Die hauen wir natürlich mit raus. Ein bisschen Vorsprung ausbauen. Da sag ich nicht nö zu. Naja, nice. Ah, da war der Headshot. Und hinter mir war auch noch, Alter. Schade. Ah, okay. Zwei Abschüsse mehr. Naja, so doll ist der Vorsprung ja jetzt nicht, ne? Wie, ich hab keinen erwischt. Ja, jetzt kämpfen die alle drinnen wahrscheinlich. Haben sich einfach nach drinnen verkochen. Ja, Mann. Ich wollte da gerade in Deckung gehen, Junge. Na, toll. So viel hat meine Flächenbombardierung jetzt nicht gebracht. Okay. Spawn jetzt alle hier hinten. Oder irgendwie so? Yay, wow, doppelt. Ja, nice. So. Nein! Oh. Zu spät gesehen. Ich hab ihn einfach zu spät gesehen. So eine Scheiße. Wir werden hier ausmanövrieren. Geht das? Wir sind wieder hinten, ne? Ey, ich find einfach jetzt keinen mehr. Was ist los? Auf jeden Fall, die haben hier so viel dran verändert, sodass dieses ursprüngliche Feeling von dem Spiel einfach so... Darf ich den auch mal treffen? So, weg mit dir. Dich will hier keiner. So, mit dir auch. Weg. Ich brauch hier auch niemand. Oh, okay. Nein! Was? Lol! Nein! Oh! Spawn-Trap werden ist so scheiße! Warum spawnen wir an... Wo ist es hin? Na komm, hauen wir das Ding raus! Dazu ist es hier da, ne? Dass man das benutzt! Okay, pass auf! Wir hauen einfach beide hier raus. Der snipet doch bestimmt wieder hinten oben drinne. Hundertprozentig tut er das! Ja! Weg mit dir! Friss Blei! Du Sack! Hehehe! Aufklärungsflug abgeschlossen! Ja, meiner. Ich hab mich zuerst angeschossen. Da-da-da-dam! Da-da-dam! Mal gucken. Haben wir hier noch jemanden? Hallöchen! Nö! Da ist niemand. Ich würde einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal außen rum, ne? Meine Flächenbombedierung hat anscheinend nicht so viel das gebracht, was es eigentlich bringen sollte. Ja, auf jeden Fall, ja, mal gut, man kann jetzt dieses Endlos-Sprinten machen und, ah, das ist halt, ja, okay, man kann jetzt Endlos-Sprinten, ist aber so, oh, Headshot, BÄM! Hab ich dich weggebimst, Junge. So, und, ja, also, ich weiß nicht, es ist ja, es ist ja jetzt nicht unbedingt ein schlechteres Spiel dadurch oder so, aber, das ist halt einfach nur, ne, die, die Veränderungen sind, sind einfach zu krass, weil, erst war das Spiel so, jetzt ist das Spiel doch wieder so und, ja, also, also, ich bin ein bisschen, sprachlos, wieso ist der nicht abgekratzt? Ich hab ihn noch angehittet, okay, wahrscheinlich haben die Kugeln dann keinen Schaden mehr gemacht, weil wir gewonnen haben. Nice, man! Auf jeden Fall, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu so in die Kommentare schreiben, wie sich COD so für euch so entwickelt hat, so, ob ihr das immer noch gerne spielt, ob ihr noch viel so an sich grinden tut und so, so, was ich zum Beispiel jetzt schon gar nicht mehr tue in dem Spiel, so, ich mein, wenn ich's aufnehme und so, klar, ich hab Spaß, 21 zu 10, so mag ich das. Und, ja, es ist auf jeden Fall so, hm, sie haben zu viel dran verändert, die Divisionen sind jetzt zu anders geworden im Gegensatz zu vorher, hab ich das Gefühl und, ja, ich weiß nicht, also, ich werd garantiert hin und wieder einfach mal, immer wieder mal reingucken und ich werd wahrscheinlich auch immer noch, immer noch 2, 3, 4, 5 Folgen die Woche da drüber bringen, aber, ja, mal gucken. Wenn, wenn, also, wenn, wenn sie noch mehr Scheiße reinbringen, werd ich COD WW2 einfach aussondieren. Also, das gibt's dann einfach bei mir nicht mehr, weil, ja, die haben, im Prinzip haben sie die, die wirklich immer COD so spielen und so, haben sie die Leute eigentlich von hinten bis vorne verarscht. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge wieder. Gehabt euch wohl. Lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir, wenn ihr noch neu bei mir seid. Ciao mit V.